Ja, vielleicht tun wir auch was für das Bildungssystem mit dem Geld. Und vielleicht... Saufen für die Bildung. Ey, das ist richtig gut. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Moving Couch. Und Joschka, was werden wir heute machen? Ja, wenn wir jetzt YouTuber sind, müssen wir natürlich auch, wie alle, ein 10-Fakten-Video machen. Und wir haben uns da was ganz Besonderes überlegt, weil wir machen Fakten über ein ganz wichtiges Thema. Thema in unser aller Leben. Deswegen machen wir ein 10-Fakten-Video über Alkohol. In Deutschland wird pro Kopf im Jahr 135 Liter Alkohol getrunken. Also, das heißt Schnaps, das heißt Bier, Wein, Sekt, alles Mögliche. Und das sind umgerechnet 9,5 Liter purer Alkohol. Zum Vergleich, in einer Flasche Bier 0,5 sind ungefähr 20 Gramm Alkohol, purer Alkohol drin. Das bedeutet, dass das schon eine ganz schöne Menge ist. Fakten Nummer 2. Und zwar werden in Deutschland, also in Deutschland trinken 96,4% zwischen 18 und 64 Jahren Alkohol. Das ist in meinen Augen richtig viel, weil, wenn man das so umrechnen würde, wären das knapp 75 Millionen Leute, die Alkohol konsumieren. Ja, das ist schon krass. Ja, Mann. Ja, und gehörst du dazu? Nein, ich bin anti-Alk. Ich habe noch nie Alkohol getrunken und habe auch nie wegen Alkohol gekurzt oder so. Fakt Nummer 3. 22% der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland trinken regelmäßig Alkohol oder trinken generell Alkohol. Und das ist schon eine krasse Zahl. Hä, wieso krass? Guck dir mal unsere Stufe an, Alter. Da trinken bis auf Ausnahmen 90%. Aber 12-17. Die haben alle gelogen. Alle haben gelogen. Aber 12-17, das ist schon krass. Wann habt ihr denn angefangen Alkohol? Das könnt ihr uns einfach in die Kommentare schreiben, wann ihr angefangen habt, Alkohol zu trinken. Oder ob ihr überhaupt Alkohol trinkt. Oder ob ihr eher sagt, nee, das ist nichts für mich. Das überlasse ich den Asozialen. Alkohol ist böse. 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 Fakt Nummer 4. Fakt Nummer 4. Bier ist gesund. Es hilft gegen Schnupfen. Aber nur warmes Bier. Aber das will ja keiner trinken. Fakt Nummer 5. Der Duschan ist nach höchstens 4 Bier besoffen wie 9 Alpakas. Fakt Nummer 6. 1,6 Millionen Leute in Deutschland sind abhängig. Und Joschka gehört dazu. Fakt Nummer 7. In Deutschland gibt es jährlich 75.000 Autounfälle wegen betrunkenen Autofahrern. Und bei diesen 75.000 Autounfällen sterben sage und schreibe 400 Menschen. Jährlich in Deutschland. Nur wegen Alkohol, meine Kinder. Nicht? Don't drink and drive. Ihr wisst. Du weißt. Fakt Nummer 8. Wieso beschwert sich der Staat überhaupt? Die nehmen jährlich 3,3 Milliarden Euro an Alkoholsteilen ein. Ich würde sagen, man sollte die Altersbeschränkung ein bisschen runterschrauben, damit man sogar Spirituosen schon ab 16 oder 15 bekommt. Was sagst du, Joschka? Das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Dann kann man schon Wodka mit 15 kaufen. Das ist nicht schlecht. Und der Staat macht Geld. Also haben wir dann schönere Straßen. Und vielleicht tun wir auch was fürs Bildungssystem mit dem Geld. Saufen für die Bildung. Ey, das ist richtig gut. Und ich würde sagen, da werden sogar so Fördermaßnahmen für unseren lieben Kameramann, der dann mehr Equipment bekommt. Oder man weiß ja nicht. Man sollte das einführen. Nein. Fakt Nummer 9. Das Bier, das ist keine Erscheinung der Neuzeit, sondern wurde schon vor 6000 Jahren in Alten Ägypten gebraut und genüsslich verzehrt. Sogar Löhne wurden mit Bier und Brot bezahlt. Also das heißt, es ist schon seit Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil der Kultur der Menschen. Deshalb trinkt möglichst viel, um die Kultur zu erhalten. Fakt Nummer 10 ist, vom Bier kriegt man einen Bierbauch und das liegt am Östrogen, was man zusätzlich noch an Bier hinzufügt. Was fügst du an? Das ist im Bier. Nein, das ist nicht. Und das ist, das ist, das wird, das wird, das Östrogen, das wird angeregt, die Östrogen. Das war's mit unseren 10 bewegenden Fakten über Alkohol und wir alle sind uns sicher einig, dass Alkohol eines der schönsten Genussmittel überhaupt ist, aber man sollte natürlich seine Grenzen kennen und man soll es nicht übertreiben, aber dennoch habt Spaß und beim nächsten Mal, wenn ihr euch richtig beschütten geht, dann denkt einfach an uns. Ich würde sagen, das war's dann von uns für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, ihr Couch-Potatoes. favorable. quem kam sie es sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020